Liebe Viertklässlerinnen, liebe Viertklässler, liebe Eltern, wir Schulsozialarbeiter der windenden Schulen haben uns etwas überlegt. Normalerweise kommen am Ende der vierten Klasse die Schulsozialarbeiter der weiterführenden Schulen und stellen sich bei euch in der vierten Klasse vor. Doch das ist dieses Jahr leider nicht möglich. Deswegen werden die Schulsozialarbeiter der weiterführenden Schulen euch kleine Videos drehen und dort auf Ängste, Sorgen und Probleme eingehen und natürlich am Ende auch ihre Kontaktdaten da lassen, so dass ihr einen kleinen Einblick erhalten könnt, wie es denn so an der neuen Schule abgeht. Wir Grundschulsozialarbeiter wünschen euch alles Gute und schicken euch mit guten Zukunftswünschen an die neue Schule. Viel Spaß!